Grüß euch, ich bin der Konstantin Blaha und werde in Rio am Start sein für Österreich im Wasserspringen. Zum Thema selbst kochen und gesund essen ist natürlich eine gute Sache, aber wenn ich euch ehrlich sage, manchmal bin ich einfach zu faul und übertreiben muss man es auch nicht. Ich esse aber trotzdem sehr oft selbstgekochtes und warum das so ist, könnt ihr in meinem Blog lesen. Mahlzeit!